Bei dem Festival geht es um Rassismus und Diskriminierungsprävention und um die Bekämpfung von Rechtsextremismus. Das sind wichtige gesellschaftliche Themen und die möchten wir bei der Veranstaltung in den Fokus stellen und auch zeigen, wie sich der Kreis Mettmann und wie man sich im Kreis Mettmann in diesen Sachen engagiert. Da sind wir in einer guten Kooperation mit der Stadt Mettmann und mit Vereinen und Institutionen wie dem Bündnis gegen Rassismus und aber auch Stage-Amie und vielen ehrenamtlich und hauptamtlich engagierten in diesen Themen. Das Festival findet statt hier in der Kreisstadt Mettmann auf dem Bauspielplatz rund vom 9. bis zum 11. September.